Best Off zeigt wirklich die Arbeit, die in drei Jahre Ausbildung reingeht und was da am Ende für Persönlichkeiten auch rauskommt. Die Absolventen als darstellerlich in Form einer Show, wie sie eine Rolle spielen oder irgendwie was auferlegt ist, sondern was sie selbst erarbeitet haben und was ihnen am Herzen liegt. Best Off ist ein ganz tolles Programm, weil es die Möglichkeit gibt, verschiedene Charaktere kennenzulernen und auch zu sehen, in welche Richtung eine Musical-Ausbildung jemandem bringen kann. Ja, so mit einem Lächeln und einem Tonfall, als wäre es gar nichts Besonderes, eben einfach nur... Hallo. Wir zeigen, was wir lieben. Also wir haben das selber erarbeitet. Das sind unsere Themen, unsere Sachen, die uns am Herzen liegen. Also ich brenne dafür. Das sind unsere Sachen, die uns am Herzen liegen. Ich meinst представ atmospheric an, »Hubert Laufen« ist immerhin, ist immer noch neu, und vielleicht unsere Sachen, die uns am Herzen liegen. Und das ist mein Kevin K cavalier. Und das ist mein Konz avez gehängt, dass ihr die Mominder macht. Und das ist mein Konziertes unfortunately. Oder mir geht, wo eine Frau Stiftung schauen.